Unter dem Konzept des Healing Environments versteht man letztendlich nichts anderes als die Berücksichtigung der Erwartungen und Bedürfnisse vor allem von Patientinnen und Patienten. So ist zum Beispiel nachgewiesen, dass eine bessere Luftqualität, eine schönere Aussicht, weniger Lärm letztendlich dazu führen, dass der Therapieverlauf positiv unterstützt wird. Ich vielleicht weniger Mittel einsetzen muss für Medikamente, weniger Mittel einsetzen muss für die manuelle Therapie oder wie auch immer. Studien legen nahe, dass die Berücksichtigung des Healing Environments beim Neubau, beispielsweise einer Klinik, dazu führt, dass zwar die Kosten um mehr als 5% steigen, beide Errichtungen jetzt im internationalen Kontext gesehen und diese Mehrkosten würden sich in der Folge Jahr für Jahr wieder hereinspielen, weil die Belagsdauer, sprich die Verweildauer im Krankenhaus dadurch sinken würde. Vielen Dank.